recht herzlich willkommen zur 113 folge von city skylines ja wir waren hier unten in dem wohngebiet und haben da letzt mal schon die polizei als letztes gesetzt und jetzt gehen wir mal gucken wie es mit der schule hier aussieht da sind wir nämlich ganz schlecht besetzt so ist das ding schulmäßig ist hier hinten auch gar nichts muss in der nächste hier da würde der schule sein hier würde gar keine schule sein ist hier irgendwas noch abdecken die anderen das reicht aber nicht wissen die gebiete aber die uni ist halt zu weit weg gut jetzt brauchen eine grundschule erstmal verkehrs günstig gelegen wäre es zum beispiel hier geht aber überhaupt nicht ins wohngebiet rein dann wäre es vielleicht noch verkehrs günstig hier irgendwo legen wir hatten noch freiflächen dafür waren dass die da werden ist in dem sinne aber ist ja fast nix abdeckung mit wohngebiet da müssen wir halt mehr machen ja und hier müssen wir dann irgendwas wegreißen damit da eine schule hin kann oder wie sehe ich das tja tschuldigung ja hierhin soll ja auch sowas noch werden die wird jetzt auch gar nicht richtig markiert wo die abdeckung von der ist komisch die jetzt daneben und dann sehe ich wie weit das geht oder hallo ganz eigenartig also die geht noch nicht mal bis hier hinten das würde bedeuten hier muss auch schon irgendwo eine hin ich will nur nicht zu viele häuser abreißen das wäre auch doof hier da hinsetze da hinten jetzt noch ein bisschen grün wenn ich die jetzt hier hinsetze ja das ist so der bereich wo sie hin muss nur da kann ich jetzt nicht ändern dann muss ja zwei müssen wir dran glauben die waren jetzt nicht zufrieden aber ist halt so wie weit reicht das ist noch da hinten hin da nochmal gehe dann passt es bis hier und da passt es bis da das würde bedeuten hier ist noch ein eng passt ne ja da kommt noch eine hin hier passt keine hin hier würde eine hin passen würde da aber überhaupt nicht rein reichen wo war die jetzt wo war die jetzt wo war die jetzt ne da das reicht da nicht rüber das heißt wir müssen hier noch was machen es ist keine freiflächen dafür ne solche pause glaube dann genau deswegen wollte nichts so hier würde das wohngebiet schon relativ gut abgedeckt sein machen wir mal reicht es denn bis da drüben überall nicht ganz ne das wäre dann hier noch eine denniger die nieder ich habe irgendwas im hals tut mir leid so dann ist da abgedeckt jetzt wird auch angezeigt wo schon abgedeckt ist es wenn das spiel läuft ne alles cool oder das würde da 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 ist schlecht da ist besser ne ich glaube das wäre schon keine schlechte stelle so weiter wäre hier jetzt noch zu überlegen boah irgendwas habe ich im hals kein ich muss mal gerade einen schluck trinken entschuldigung ich hoffe das geht jetzt gleich weg so so da ist abgedeckt da hinten eher weniger wenn ich die jetzt da rein zauber wo decke ich dann mit ab hier kann ich die lange straße am ufer da abdecken bringt mir aber nicht so ganz so viel irgendwie ne so hier straße hin und zurück ja kommt mir vor als ob das eine gute stelle ist hier auf der seite dann auch so ähnlich dahin und fertig also hier in der ecke ist es wohl schlecht mit schulanbindung dann aber das ist halt so so dann eine größere schule wie sieht das mit der aus die hier hin da ist das einzusgebiet dann größer ist klar ich sehe hierhin stelle haben wir hier relativ viel ne hier fehlen wird es hier unten dann wenn ich die da hin baue habe ich aber die andere seite wenn ich die hier hin baue ne also da wird sie nicht so wirklich was bringen ich glaube wir bauen die hier hin wenn ich sie hier hin baue habe ich nicht das meiste hier habe ich hier schon fast alles ne na lass dich dort einmal einloggen wenn sie hier steht geht es auch nicht gut ich glaube es ist schon hier auf dieser seite besser zack diese freuen sich sogar da auch rüber so die andere wäre dann hier irgendwo hin zu bauen ne wenn ich sie hier mache wenn ich sie hier mache durch alle Straßen bis fast zur Brücke in der Sackkasse ist dann viel das das war aber eigentlich gar nicht ne ich glaube da ist ja auch nicht verkehrt kommt zack so hier unten fehlt es dann wieder an Schule da wäre da zu weit nach da hinten oder wie sehe ich das würde fast bis da unten reichen ne so so zack und selbst hier freuen sie sich schon darüber ich hätte jetzt gesagt machen wir hier noch eine hin dann ist alles abgedeckt oder oder hier geht dann hier irgendwo eine hin das ist so wirklich ne da wird es gehen kommt zack hin damit und eine Uni die Uni hier hin machen ne oder sagen wir mal hier hin machen müssen wir mal raus um zu sehen wie weit sie geht ok die Hauptstraßen sind alle abgedeckt machen aber mehr auch nicht da passt sogar nicht genau schade da wird sie hingehen und würde alle Wohngebiete abticken da auch zack fertig richtig schön hier da in die Grundschule hier hat jetzt keinen Strom sehe ich gerade das ist aber auch nicht so spielentscheidend ne weil die kriegt ja gleich noch Strom ne ah deswegen weil da nicht alle Wohngebiete ausgeschildert sind wahrscheinlich machen wir mal noch ein bisschen weiter hier passt schon ne gut das ist dann auch erstmal soweit da wollten wir aber jetzt gar nicht hin schule haben wir durch jetzt kommen noch Busgeschichte dazu hier unten fahren schon Busse jetzt müssen wir nur noch einen haben der hier losfährt ne losfährt an der Stelle fährt hier raus fährt durch dieses Wohngebiet würde ich jetzt sagen da eine hin dann würde ich sagen da eine hin fährt hier rüber da nicht da eine hin haben fährt dort oben über die Straße ok das würde bedeuten wir machen hier noch eine hin und da ist eine Abfahrt da hin da hin würde da lang kommen da lang da lang da lang ne ich glaube da kommt ja noch einer hin da hält dort an dort an dort an dort an hier unten nochmal halten fährt dann hier zurück da lang da lang dort lang ist hier noch eine Bushaltestelle ja dann nehmen wir die noch mit und schließen das ganze hier sollte dann geklappt haben dann haben wir das auch versorgt mit Buslinie sieht gut aus oder noch zwei Gebäude zwei Schulen die jetzt keinen Strom kriegen da machen wir mal noch ein paar Geschäfte hin wenn die kommen dann kommt auch der Strom bei Industrie ist auch gefragt wie ich gerade sehe da unten gut dann ist Buslinie Parks bräuchten wir noch unbedingt hier die sind ja wahrscheinlich total schlecht gestellt hier wir hätten hier natürlich den schönen Park schon als Fluss vor Ort da ein schöner Park hin hier geht keiner hin oder gibt's was klein also gibt's bestimmt was klein auch so oder ja da ist ein kleinerer Park da einer hin dann sind die alle glücklich und hier ach das ist eine Bahnlinie ne ich bin da noch einer hin hier geht auch einer können wir auch eine Nummer größer vielleicht hinkriegen aber die ist zu groß die Nummer da hier fehlt's dann auch noch neben Park ne da die Tüte ist so groß bin wir nicht noch gegen diesen Minipark gerade eben hier ist so groß hier der ist schön klein da muss aber grün werden ne dann wird's gehen da kommt ein Park hin da auch noch eine Hüpfburg ist viel zu groß das ist ein Karussell ist auch zu groß da hin und da hin ja alle können wir sowieso nicht zufrieden stellen ne das ist auch klar passt gut haben wir auch schon gemacht was ist das jetzt hier noch da sind ja noch Unterkategorien die wir noch nie beachtet haben wahrscheinlich Platz mit Bäumen können wir ja mal hier hin machen ne oder so so am Bahnungsviertel hier würde sogar dazwischen gehen kommt da machen wir da auch noch einen hin was ist das Basketballplatz okay das wäre natürlich auch nicht schlicht dann hier irgendwo rein zu zaubern ei Brandpunkt ist noch hier ne so da freuen sich die alle gut dann machen wir hier noch Restaurant Pier ok der geht dann da hin Wahnsinn wäre hier schön zu machen ne direkt nehmen diese schicken Kraftwerke ne so da bringt das nix denke ich mal ne das ist alles zu hoch hier ist doch schön oder was haben wir da noch Beachbody Plot Platz ok ein Reitstall wow ein Reitstall wo soll man den denn hin machen hm hier so ne na den lassen wir erstmal glaub besser weg ist das Skateboard Park ok mal gucken gerade hier so hier ist doch sowas bestimmt schön zu machen ne zack mal ein Skateboard Park gut ja da sind wir mit den Parks auch durch als nächstes könnten wir jetzt hier nochmal rein gucken was haben wir hier Casino so öffentliche Einmalssachen Fußballstadion und was ja dann machen wir nächste Runde dann weiter ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid bis dann tschüss bis dann es bis dann da j Untertitelung des ZDF, 2020